So da, was geht Leute, jetzt wir kommen zurück zu Penumbra, ich nehm jetzt hier gleich im Anschluss noch ne Folge auf, weil ich ja so Bock hab hier unten rumzurenne. Ok, dann schauen wir mal, wie wir uns anstellen. Machen wir mal das da, das haben wir noch nicht. Diese Artefakte müssen irgendwie mit den Vorerkommnissen hier unten in Verbindung stehen. Vielleicht entdecke ich ja etwas nützliches, wenn ich weiter rum experimentiere. Oder aber erleide ich einen Herzinfarkt, haben wir das noch nicht gehabt? Ich weiß nicht, was das hier immer für Sinn macht, das anzugreifen. Ich schau nur jetzt schnell mal auf die Uhr. Übrigens, 51 Minuten habe ich gespielt für die erste Scheißfolge, weil ich nicht weitergekommen bin. Mein Gott, ok. Hier unten haben wir was. Schauen aus wie industrielle Sicherungen. Ich bin das Schlimmste beim Vorlesen. Jetzt steh wieder auf. Mein Gott. Uh, da wollen wir rein. Können wir da überhaupt rein? Ich befürchte es fast. Mal schauen jetzt erstmal hier hinten, was hier hinten noch ist. Ob hier hinten noch was ist. Ja, nehmen wir trotzdem wieder das Licht, das finde ich irgendwie... Weiß nicht, sieht man irgendwie besser mehr als verbraucht. Man muss barbos gehen! Was? Was hast du da notiert? Mein Gott hat er... Ein persönlicher Einträge sind die Notizen komischerweise. Der Hauptgenerator wird nicht angetrieben, solange der Startboteur keine Batterien hat. Ok. Tabakdose bitte gehen wir aus dem Weg. Ich weiß es zu schätzen, danke. Ok. Ähm. Wir müssen hier das wahrscheinlich alles richtig einstellen. Das wird ein Spaß. Aber jetzt gehen wir mal da runter, hä? Plup. Ach du Scheiße, wir müssen das selbst runterkriechen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach Gott sei Dank ist hier unten gar nichts. Oh Gott. Wie ich immer hier die behinderten Stimmen hörte. Lass mich in Ruhe. Wir haben aber hier unten... Irgendwas muss hier unten sein. Hauen wir mal... Hauen wir mal... Das... Komm. Also das anders wird es funktionieren eher weniger, oder? Ist das Eisen oder was? Wisst du? Hau aufs richtige Ding drauf, verdammte Scheiße. Ist hier unten jetzt echt gar nichts. Das wird aber auch scheiße, oder? Will ich mich verarschen? Was mach ich da hier unten? Fucking Bullshit. Oder ich schau jetzt nochmal ordentlich. Weil hier muss was unten sein. Damit krieg ich noch nicht umsonst hier runter. Kann man... Kann man das Zeug hier rumziehen oder... Kann man auch nicht. Ich kann mal den Horrorspielen zählen. Das hat man wirklich bei 4 schon... Das ist so erschreckt mit der Scheiß-Alma... Die da oben bei der Leiter stehen muss. Okay, vielleicht kann man bis jetzt hier noch nicht weiter... Können wir vielleicht das reinschmeißen und dann passiert unten irgendwas? Wie gesagt, ich bin nicht blind, aber ab und zu habe ich ganz gute Eifälle, die wahrscheinlich nicht besiehen werden, ok, vielleicht doch. Aber das kann man nämlich bewegen und da haben wir ein Loch. Ich habe nicht nachgeschaut, ich mache hier irgendwas. Ok, haben wir noch was rein? Haben wir noch was? Haben wir nichts mehr, dann gehen wir halt nochmal runter. Fuck you. Jesus Christ. Nein. Runter. Boah, aber nach der Folge, wenn man genug mit Penumbra für heute hat er. Wir haben eine Stunde Penumbra zocken. Das ist hilfreich. Ersatzbatterie. Ah, eh wieder für den Typen. Haben wir ja unten noch was anderes? Eh wieder für den hier. Ich hasse Leute und Alter, ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie echt so sehr. Okay, wir haben jetzt die Ersatzbatterie. Wo klatschen wir die hin? Ich weiß es nicht. Wo bringen wir jetzt die Ersatzbatterie an? Wahrscheinlich da vorne, hm? Da unten vielleicht? Nein, das ist so nicht richtig. Mein Gott, steh auf! Vielleicht kommen wir hier noch nicht weiter, ich weiß nicht genau wo. Gehen wir nochmal zurück, oder? Oder hier vielleicht? Ey! Okay! Okay, die Batterie ist angeschlossen. Der Startmotor scheint einsatzbereit zu sein. Na dann boi boi boi! Wir müssen das... Ist das jetzt hier im Arsch, oder was? Müssen wir mich verarschen. Was ist denn das jetzt? Kann hier nicht mehr. Habe ich das ruiniert, oder was? Wieso ist denn das jetzt hier drunter? Jetzt mal ohne Scheiße wird das jetzt ruiniert, oder? Scheiße! Fuck! Blablablablabla Blablabla Boop! Mach mal den Scheiß halt nochmal, hörne. Da haben wir noch Spaß dran, komm! Boop! 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 Das ist so zum kurzen Art, ja. Jetzt kann ich echt die Stelle hier nochmal machen. Wir haben gerade gedacht, soll ich es cutten oder nicht, aber jetzt haben wir es so schnell gemacht. Deswegen tut es mir leid, dass ich so lange nichts geredet habe. Wir werden runter und rauf. Geh hier die Scheiß-Hart-Satz-Batterie rein. Jetzt ist das Ding hier bitte nicht im Arsch. Was haben wir da vorher einfach durchgekaut, oder was? Ein Wunder... Halt daaa! Scheiß Notizen. Irgendwas stimmt mit dem Startmotor, ich muss ihn reparieren. Ja, da kann man ja. Wir haben eine Spitzhacke, da hauen wir einfach drauf, bis er wieder geht. Die Musik macht mir übrigens richtig glücklich, die hier gerade ist. Wir müssen das hier sicher alles richtig einstellen. Einen so rüber, den da auch rüber, den nicht. Den da rüber und fertig. Das ist die Kombination? Ich hab keine Ahnung. War ja klar, Blinder-Serie herab oder explodieren. Okay, dann gehen wir mal wieder hier raus. Shit. Laden. Ich glaub, das Ding hier müssen wir mitnehmen. Das gehört sicher irgendwann... Was ist denn das überhaupt? Ey! Scheiße. Dann darf ich doch mal kommen... Okay... Hach... Was war denn das gerade? Was war denn das gerade? Party-Lampe... Yeah! warte kann mir eigentlich keine lichter machen oder so ein scheiß hat außerhalb der arbeitsstunden sich ein paar ungebetene gäste in der mina ferngehalten das öffnet sich sicher nicht ohne strom fahr ich höre doch nicht lasst uns dort reingehen im besen ja so räume mir ordentlich auf jetzt kann man eigentlich wieder zurück ins office gehen und dort fertig aufräumen du bist zeug holst dir was ist das dörrfleisch was haben wir hier warte mal da ist ein morse zeichen aber woher kriegen wir die morse zeichen raus wir brauchen die morse zeichen dann sicher für irgendetwas aber ich weiß noch nicht was ich weiß echt nicht was also weiß gar nicht ob das was mein ding da ist wieder erdbeben oder fährt da wieder der schneepflug für das ventil glaube ich ist es nicht wir können da mal rauf gehen im spiel ist es draußen oder ist das was ist das meinem kopf rumort so öfters für was kann man hier rauf wenn hier eigentlich nichts ist das mal ohne scheiße es ist draußen ok schneepflug haut gerade fährt gerade über nachbarn rüber ok geh hier rauf auch immer fit wenn du ihn schon ok dann wo kann man denn sonst noch hingehen waren wir hier drinnen überhaupt überhaupt ja klar hier waren wir drinnen was sind wir dann hier hinten blablabla mine einiger zeit wo reich entstanden ist ich weiß es nicht mehr sind wir jetzt hier im kreis scheiß party lamp ist für den arsch ok ja schauen wir mal ich glaube wir sind von hier hinten kommen oder oder irgendwie ach du scheiße das ist piepen kommt aus einem der lautsprecher vielleicht ist dort noch jemand drinnen ich hole dich hier raus das bin ich so bescheuert dass ich selbst drüber lacht mach das mach das mach das tu es äh das sind weiße zeichen warte mal ok warte mal schauen ob wir das hier noch hinkriegen ich habe es beim besten will ich nein nein hier nein nein was mache ich jetzt kommt finde ich muss jetzt zeichen ok war nochmal mal nochmal mal nochmal 5 ok verpas langsam ok ich glaube 5 war es weiter so ich bin es ist das dritte habe ich nicht gehört machen wir nochmal 573 5738 that's how we do it bitch 5738 diese der moose zeichen profi schauen wir mal schnell wegen der zeit ja schauen wir mal dass das geht sie noch auskommen ich habe direkt wieder vergessen was es war 56 es war 5638 ok auf 638 das merkt euch jetzt bitte es ist nur die frage wo zum teufel sind wir hier gewesen wo zum teufel sind wir hier weil du nicht gleich ruhig bist hier fallen und nicht mehr zu gebraucht was macht wieso kann ich das hier nicht benutzen aber ich glaube ich mache jetzt hier den cut und dann sehen wir es beim nächsten mal oder macht's gut ich hoffe es hat gefallen